Hallo liebe Tiefsee-Freunde zu einer neuen Ausgabe von FIFA 22. Ja, wir haben jetzt das Karabuacup-Finale gegen Leicester City. Uh, bin ich gespannt, ob wir das erfolgreich gestalten können. Das lassen wir ausfallen. FA-Cup sind wir leider ausgeschieden. In dem Spiel, wo ich nicht mitgespielt habe, übrigens, durfte ich nicht. So, dann schauen wir mal. Okay. Im Wimbley-Stadion, so es aussieht. Ja. Foul! Niemals! Ja gut, ich war abseits. So,ANG! Das ist alles zu eng. Klasse. Hier. Schön dabei. Schön dabei. Oh, was? Wir gehabt. Warte, komm, komm, komm. Ah, wieso? Foul. Foul. Mann. Warte, gelb. Bisschen spät, aber immerhin noch. Komm, 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 komm. So. So. Au. Oh. Hm. Warte, 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 warte. Ein bisschen schneller hier, ein bisschen Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Hüpft der mit dem Ball drüber, ich glaube, dem geht es so gut Ein Podium ins Kekkerkopf, alles klar, mit dem riesen Gegenspieler Oh, what, yes Ja, es wird ein C-Spiel werden, ich sehe schon So Podiums, auf geht es Oh, langsam Mein Gott Warum passt der nicht gleich Halbzeit, mühsam, mühsam, mühsam das Ding hier Nein, nein Okay, weiter geht's Okay, weiter geht's Abseits hinten, ja, kommt drauf drauf drauf, jetzt. Lauf mal mit. Ah, den muss er machen. Den muss er machen. Fast hier ist. Eieieiei. Drauf. Jetzt aber. Komm, komm, komm. Foul. Wir haben den Ball, sehr gut. Nee. Hm. Hm. Aufpassen. Klasse. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Hab's Salz? Oh, halt mal. Meine Fresse. Einmal nicht aufgepasst. Unordnung hinten drin. Hier. 12. Hmm. Hallo! Ah, nee! Jetzt gibt es das Meta, die Scheiße wieder hier. Handspiel. Das wird ein tausendmal. Na ja. Das war's. Mann! Oh, das haben wir auch noch. Nee. Oh je, mene, mene. Das war's. Mit dem Caraboa Cup. Traurig. Aber wahr. Na ja, die sind einfach für Weltklasse noch zu schwach. Das ist einfach so. Ich spiele natürlich auch zu wenig. Aber ich will es trotzdem probieren. Da siehst du jetzt, ich komme gar nicht hin zum... Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Ach so, der ruled man wieder ab. Und das war's. Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. ... ... ... ... ... So, ich kann es sehen. Gleich geht das Spiel vorbei. Ja, und das war's. Schade. Wir haben eigentlich gar keine Chance, großartig. Aber so ist es halt, im Fußball. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hinterlassen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der Saison, dann ohne Kader Boa Cup. Dann ein Abo und verpasst ihr keine Folge mehr. Hier wird gefeiert. Ja, aber ohne mich. Schlechtes Spiel. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüüüüü! Vielen Dank.